Wie ist es Toni in New York ergangen? Nach ihrer Rückkehr kommt die bittere Wahrheit ans Licht. Toni, Olivia Maray, ist endlich zurück im Kollekiez. Doch die Freude ist getrübt. Sie hat ein dunkles Geheimnis mit aus New York gebracht. GZSZ Toni ist süchtig. Ihr Ausflug in die USA war für die Polizistin keine leichte Zeit. Bei einem Einsatz geriet sie in eine Schießerei und wurde von einer Kugel getroffen. Seitdem ist Toni abhängig von Schmerzmitteln. Toni ist nicht nur als Polizistin, sondern auch abseits davon, immer korrekt und für ihre Ehrlichkeit bekannt. Sie würde bewusst nie etwas Verbotenes tun, um sich in einen Rausch zu bringen oder ähnliches. Dass sie nun ungewollt in diese Suchtspirale gerät, verstärkt den inneren Konflikt zwischen Vernunft und Abhängigkeit noch mehr, verrät Schauspielerin Olivia Maray jetzt im Interview mit Sender RTL. Ein wichtiges Thema, über das unbedingt gesprochen werden muss. Für Tonis Geschichte geht Sender RTL eine Kooperation mit der Bundesregierung zum Thema Medikamentensucht ein. Fast jeder Mensch kommt früher oder später mindestens einmal im Leben mit Drogen oder Sucht in Berührung, allein weil Alkohol und Nikotin zu selbstverständlich sind. Was vielen nicht bewusst ist, auch bestimmte Medikamente können abhängig machen. Deshalb finde ich gut, dass entsprechende Themen bei Gute Zeiten Schlechte Zeiten quasi zum Alltag der Serie gehören, sagt Burkhard Blienert, Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, in der Pressemitteilung. Auch die Geschäftsführerin der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen eingetragener Verein, Andrea Hart-Eling, war sofort hin und weg von der Idee, dass eine der bekanntesten täglichen Serien Deutschlands auf uns zukam, um nach einer Zusammenarbeit für die neue Geschichte rund um Tonis Medikamentensucht anzufragen, setzt ein tolles Zeichen der Aufmerksamkeit für Betroffene. Wir hören euch, wir sehen euch, wir helfen euch.